Orkust. Ja, das ist ein gutes Deck. Da hat Konami mal wieder richtig Spaß gehabt. Wir nehmen einfach die Eigenschaft Dark, denn zu Dark gibt es bisher ja viel zu wenig Karten. Wir machen alle zur Maschine und konzentrieren uns diesmal auf Friedhofseffekte. Wir geben dem Thema noch ein paar Spells und Traps. Dann fehlt noch ein gutes Link-Monster und ein Exit. Fertig. Schon hat man ein neues Metadeck. Doch dann reicht es nicht, dass sie Friedhofseffekte haben. Nein, die Kombus startet einfach mit zwei Monstern. Irgendwelchen Monstern. Man geht einfach ganz einfach auf Mehmet und schon hat man sein Feld voll. Und oh ja, man darf nach den Orkust-Karten für den Rest des Spielzugs nur noch Dark beschwören. Wie gut, dass das Deck fast nur Dark spielt. Und apropos Dark. Natürlich werden in dem Deck auch Dangerous gespielt. Nicht nur, dass sie Dark sind. Nein, sie beschwören sich und lassen sich noch mehr Karten ziehen. Natürlich kann man die Danger dann auch noch verwenden, um in die Kombo zu gehen. Als wäre das nicht schon gut genug, gibt es auch noch Rusty. Oh ja, wie praktisch, dass er Dark ist. Und diese Karte erlaubt uns alleine doppelt Monster in die Gate zu suchen. Ich meine, suchen. Oder wir gehen einfach mit der Falle auf den Timestief. Ich meine, Windstorm for Free ist ja auch richtig fair. Und bei der Exit will ich gar nicht erst anfangen. Nicht nur, dass man ihn einfach rufen kann, indem man ihn auf einen Orkust-Link legt. Nein, er kann einfach eine Karte auf den Friedhof legen. Und das targetet nicht mal. Und dann schützt er auch noch vor Zerstörung. Twin Twister, Instant Fusion. Ich meine, geht's noch. Und komm ja nicht mit Galatea. Du kannst mit ihr einfach irgendeine Zauber- und Fallenkarte suchen. Irgendeine. Und das, indem sie einfach Ressourcen recycelt. Und würde das Deck nicht so starke Zauber- und Fallenkarten haben, wäre das ja auch nicht so schlimm. Aber nein, das Deck hat einfach ein eigenes suchbares Zolle. Was dann auch noch verbannt. Und dann muss diese Karte natürlich auch noch einen Friedhofseffekt haben. Einfach weitere Kombo-Karten suchen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Kombo-Karten einfach so super funktionieren. Etwas reinlegen. Aus dem Deck-Special. Aus dem Friedhof-Special. Aus den gebanischen Spezialbestörern. Ja, warum auch nicht. Für alles etwas haben. Und ich meine, oh ja, mein gut sind das alles keine Quick-Effekte. Doch sind sie. Und zwar, wenn sie ihre Surge-Sperre-Field-Spell haben. Dann sind einfach alles Quick-Effekte und du kannst im Gegner zum Spielzug spielen. Warum sollte man sich auch auf seinen eigenen Spielzug beschränken? Man zerschießt einfach das ganze Feld des Gegners und spammt seins einfach weiter voll. Und warum? Weil Orkus gut ist. Und warum ist das? Und warum?